Möge die Dramatik weiter gehen, indem wir Nebemission abschließen Wir müssen das Lodernschild machen auf jeden Fall Weil da gibt's ne legendäre Waffen-Mod Die viele wahrche itenwieder füllen waffen-Profi wäre Sind alle Level 5. Obwohl, nimm den Level 6 Waffenexperte. Äh, Dias. Und den Level 6 Vorhuttypen. Und dann muss ich den halt jetzt auch ausrüsten noch. Äh. Diese Einheit lädt bei der Verwendung von Aufwärmen nach. Er hält für diesen Zug 25% Schaden. Dieser Effekt stapelt sich jedes Mal, wenn die Einheit schießt. Er hält eine Aktion zurück. Mh. Mh. Ich mach das mal eben. Anker. Einer hält plus 1 AP, wenn ein Verbündeter ein Gegner hinrichtet. Also, wir kriegen ein AP mehr als andere. Öffnen das Feuer. Schießt so lange, bis der Magazin leer ist oder das Ziel tot ist. Bosse könnte nicht anvisiert werden. Wie hättet ihr das gedacht? Geh weg, Hund. Mal fliege. Das andere wird nicht passieren. Du wirst eh Gegner nicht hinrichten. Aber sehr unwahrscheinlich. Komm mal her, Horst. Nimm mal den Genauigkeitsbonus. Den Energielauf. Den Energielauf. Granateneffekte 20% grösser. Bis zum nächsten Mal. Das ist Mit der Vorhut weiß ich nie, was ich anfangen soll Normalerweise soll die wahrscheinlich so gespielt werden Dass sie nach vorne stürmt Und irgendwie, ja, Gegner unterdrückt Oder zerstückelt mit seinem Bayonet Oder Schadensreduktion macht in seiner Umgebung Effektiv kannst du das aber, glaube ich, nie vernünftig einsetzen Machen wir aus dir Paladin Du kannst wenigstens Verbündete schützen Und sonst war's das erstmal Wir haben zuverlässige Hinweise Jetzt seh ich erstmal, dass ich so'n Redneck Bart habe Entschuldigung Renn mal Ach, du kommst ja noch kürzer Gibt's hier noch andere Kisten Da Waffenexperte meldet sich Bestätigt Als ob mich das interessieren würde Zeit, etwas Schaden anzurichten Verdammt Ich hab kurz auf den anderen Monitor geguckt Und jetzt weiß ich gar nicht Ich glaub, ja, ein Boomer ist gelandet Nimm mal Position ein Okay Befehle? Befehle? Auf dem Weg Ja? Ich glaub, sie steht nicht genau aufeinander Damit der Boomer uns nicht mit der Granate Das Gesicht wegfitzt Bei 50% weiter schießen Und ich seh schon, wer den ersten Schuss abkriegt Der Heavy Oh, die ist durch die Wand traumatisiert Oh, die ist durch die Wand Ich bin bereit. Verstanden. Wär mal auf. Schießt so lange, bis der Magazin leer ist. Das sind neun Schuss. Wie geht's weiter? Ja, ist doch schön. Japp, verstanden. Japp. Aha. Ja. Ich spüre eine weitere Traumatisierung. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann den Boomerwerfer nehmen. Ne, die großen Sachen sind schon gekommen. Die Rache ist mein. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ja. Vorhut meldet sich. In Bewegung. Kiste, Kiste. Gehört uns. Hier. Du brauchst keinen verankert gerade. Du brauchst Bomben. Ich höre dich. Ah, auch wenn du nicht so viele, also so 20% weniger Trefferchance hast. Du bist noch die beste Option, den da vorne zu töten. Kinderspiel. Sehr schön. Ja, jetzt hast du gerade noch Zeit, das Ding aufzusammeln. Ah, verdammt. Also dann. Du schaffst höchstens zwei zu töten, bevor die ankommen. Okay. Ja, jetzt hast du. Du schaffst. Und dann. Ja. Du schaffst. So, du musst so weit kommen wie möglich. Ah, sehr schön. Na, ich bin noch mal mit der Maus gerückt, reicht das ja. Hm, was siehst du denn da hinten noch? Ach, da hat doch einer überlebt. Na gut. Dann halt so. Hm. Ich weiß gar nicht, muss der außen rumlaufen oder hüpft er darüber gleich? Also ich kann darüber hüpfen. Was soll ich heißt, dass er dasselbe kann? Lass mal den fallen. Wir können die Waffe ja hoffentlich wieder aufheben. Ah, okay, er hüpft nicht drüber. Ich will sie. Marder erledigt. Marder erledigt. Alles kaputt. Auf halber Strecke zum Sieg. Auf halber Strecke zum Sieg. Weiter so. Erledigen wir das. Nimm mal die Sprengladung wieder auf. Und sonst gibt's nix zu tun für die Runde. Und sonst gibt's nix zu tun für die Runde. Außer warten. Bis die Lokos mir neue Gegner schicken. Nur noch ein paar Ladungen. Wie ein Loch. Gab's doch schon lang nicht mehr. Wie geht's weiter? Ich höre. Hmm. Bestätigt. Waffenexperte meldet sich. Fege mal deine zukünftige Frau. Bereit. Kinderspiel. Wenn die oben drauf steht, stirbt die dann? Wahrscheinlich. Warte auf Befehle. Verdammt. Die wird sogar sehr wahrscheinlich sterben. Tun wir's. Kann ich dir nicht noch irgendwas rüber geben? Ach, ist auch nicht so schlimm, ey. Ob ich jetzt da den kleinen Bonus noch dazukriege oder nicht. Na okay, wenn sie noch ein Haufen Matsche ist, ist das vielleicht nicht so gut. Das war auch so unnötig an der Stelle. Der Feind rückt an. Kein Verlust. Kein Verlust. Kein Verlust. Kann man auch. Sichert die Wahn und bringt sie intakt nach Hause. Können wir uns einfach weitermachen. Hört sich die ganze Gears Geschichte verändert. sichert den Nachschub und haltet die Maden fern. Klar? Ja. Brücke auf. Bereit. Sind bereit. Waffenexperte meldet sich. Ja. Jetzt weiß ich ja in etwa, wo sie rauskommen. Ich bin bereit für den Feind. Fast geschafft. Passiert einfach was anderes. Aber ist nicht schlimm. Da kann man einfach stehen bleiben. Oder? Hab ich vorhin den Abwurf von denen gar nicht gesehen, Noah. Wir sind dran. Zeit alles zu geben. Auf dem Weg dorthin. Und wieder weg. Bin dran. Aha. Befehle? Wenn die kleinen Bomben kommen dann da lang. Ah. 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 Scanner jetzt. Hagen auf dem Vorwarsch. Da kommt ein Lofus. Direkt reingelaufen. Da ist jetzt eh rum. Will ich jetzt... Oder brauche ich noch eine Runde? Ne. Ich glaube das... Ah doch. Eine einzige. noch eine Runde überleben und dann reicht's. Macht's. Ddddddddddddddddddd。 Ein Stecher, Schnellmagazin. Ich. Aber guck mich nicht so doof an dabei. Kann ich's dafür, dass du klein bist. Ja, dann leg dich unten hin. Wir waren gerade draußen, kann sich kaum beschweren. Kaum. Ach, ich hasse dieses Prinzip. Mal ist einfach alte Truppen weg, die Level 5 sind und hol dir neue Truppen, die Level 6 sind. Also das muss einem damals schon im Meeting auf dem Reißbrett aufgefallen sein, dass das totaler Unsinn ist. Nicht flankierte Gegner halten, in Deckung plus 200% ausweichen. Das ist super scheiße. Chance von 20%, dass die Abkriegenzeit von Fähigkeit beim Einsatz zurückgesetzt wird. Gegner sind immun gegen Feuerschutz. Naja, Eroberner Sturm dann in der nächsten Folge auf YouTube. Und im Stream machen wir einfach weiter.